Im Herzen von Riggisberg befindet sich der Schlossgarten. Wir bieten Lebensraum für Menschen mit psychischer und geistiger Beeinträchtigung. Und das schon seit 1881. Bei uns kann man sieben verschiedene Prüfe lernen. Herzlich willkommen im Schlossgarten Riggisberg. Ich nehme euch mit auf einen Rundgang. Los geht's! Insgesamt hast du auf 19 verschiedenen Wohngruppen Möglichkeit, in Pflege oder Betreuung zu arbeiten. Das, was mir gefällt, sind medizinische Tätigkeiten. Zum Beispiel für Blutzuckermessen und Verbandswechsel. Ich freue mich jedes Mal auf einen Kontakt mit Menschen, die den Austausch im Alltag mitzuerleben. Im Schlossgarten Riggisberg haben wir insgesamt 270 Bewohnende, die auch von unseren Lernenden betreut werden. Es ist ein schöner Beruf. Denn alles, was man reingibt, bekommt man wieder zurück. Und man kann mit einem schönen Gefühl in Führung gehen. Das Schöne am Schlossgarten Riggisberg ist, dass wir mit Menschen mit einer psychischen wie auch mit einer geistigen Beeinträchtigung zu tun haben. Bei uns arbeiten 370 Mitarbeitende. Davon sind ganze 27 Lernende. Die Teamarbeit ist wichtig und wir helfen einander. Mir gefällt es hier sehr, dass wir die Heimküche und die Restaurantküche beides gleichzeitig sind. Wir vermieten sogar Zimmer. Es ist sehr abwechslungsreich. Hier sind wir in der Reinigung, in der Wäscherei, in der Küche und im Service tätig. Es macht Spass, an einem besonderen Ort zu arbeiten. Technisch dienstisch zuständig, damit alles einwandfrei funktioniert. Hier sind wir jetzt bei unserer Schreinerei. Speziell im Schlossgarten Riggisberg ist, dass es so vielfältig ist. Speziell bei unserem Betrieb ist, dass die Lehrlinge auch lagieren dürfen. Das Besondere in meiner Lehre hier als Kauffrau im Schlossgarten Riggisberg ist, dass ich auch viel Kontakt mit unseren Bewohnern habe. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie vielseitig der Schlossgarten ist. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.